Zum Auftakt der neuen Saison empfängt Serienmeister Red Bull Salzburg mit der Wiener Austria das Überraschungsteam der Vorsaison. Bei den runderneuerten Violetten ist Rückkehrer James Holland einer von vier Neuzugängen in der Startformation. Die Wiener haben auch gleich die erste Möglichkeit in der Partie. Fürchterlicher Fehlpass von Nicolas Capaldo direkt zu Manfred Fischer, der sieht den einlaufenden Ciankellisch. Doch dem wird der Winkel dann zu spitz. Ungewohnte Unkonzentriertheiten in der Salzburger Hinzermannschaft. Aber die Chance zunächst unterbunden. Hier noch einmal völlig blind in den Raum gespielt. Fischer entscheidet sich für den Haken. Ciankellisch dann in dieser Position ohne wirkliche Chance im Zentrum. Huskovic noch weggerutscht. Chance unterbunden. Die erste Möglichkeit für den Meister dann in Minute 5. Van der Prent setzt Cechko ein. Der sieht im Rückraum Fernando. Und der Brasilianer hat gleich die doppelte Chance, um die Salzburger in Führung zu schießen. Der einzige Neuzugang in der Salzburger Startelf mit der ersten guten Möglichkeit. Es geht munter weiter nach einer Viertelstunde die nächste Topmöglichkeit. Langer Ball von Bernardo auf Cechko. Eine herrliche Ballmitnahme, ein beinahe perfekter Abschluss. Und dann ist die Frage, war der Ball hinter der Linie oder war er es doch nicht? Eine knifflige Situation. In Österreich gibt es ja keine Torlinien-Technologie. Martins kratzt die Kugel da von der Linie bis zum Abschluss. Alles perfekt gemacht von Benjamin Cechko. Am Ende schaltet sich der VAR ein und Schiedsrichter René Eisner entscheidet auf kein Tor. Und das geht auch so in Ordnung. Die Austria versteckt sich nicht. Galvao, Braunöder und Gruber mit einer super durchgespielten Möglichkeit. Am Ende fehlt da nicht viel. Und die neue Werbung vom Lars-Kantreas Gruber hätte beinahe auf 1 zu 0 gestellt. Die Salzburger Hintermannschaft mit groben Problemen. In der Folge beruhigt sich das Spiel etwas. Die nächste Möglichkeit haben aber dann wieder die Bullen. OKV typiert hier Galvao, der Stangler. Und wieder ist es Cechko. Wieder vergibt er. Die Bullen übernehmen zunehmend das Kommando. Achten wir auf Sucic. Der verschafft sich hier Platz. Hat das Auge für OKV. Fernando scheitert aber. Diesmal ist Benjamin Cechko erfolgreich. Die dritte Top-Möglichkeit, die sitzt. Sucic, der Architekt. Überragend gemacht vom 19-jährigen kroatischen Nationalspieler OKV. Mit der guten Hereingabe. Und Cechko muss nur noch einschieben. Früchtl im Tor der Wiener. Chancenlos. Die Feilchen bleiben trotz des Rückstands initiativ und verstecken sich nicht. Eine Ecke von Matthias Braunöder findet Huskovic. Der köpft aber könt direkt an. Es ist die letzte Möglichkeit in Hälfte 1. Und er hat in den ersten 45 Minuten den Unterschied gemacht. Auf der Gegenseite müssen die Wiener zu Wiederbeginn wechseln. Liverpool-Leihgabe Billy Cometio ersetzt Johannes Handl, der nach diesem Luftzweikampf mit Fernando nicht weitermachen kann. Verdacht auf Schulterverletzung. Gute Besserung an dieser Stelle. In Abschnitt 2 versucht Salzburg vermehrt mit langen Bällen. 10 Minuten gespielt. Wieder eine herrliche Vorarbeit von Sojic. Cabaldo bleibt dann aber an Früchtl hängen. Die Neuerwerbung pflückt dem Argentinier im richtigen Moment die Frucht vom Fuß. Aber nur wenig später wird es künstlerisch wertvoll. Okafor behauptet sich. Weiter zu Fernando. Goal, 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 Ovaso. Ein herrlicher Treffer in seinem ersten Bundesligaspiel zum 2 zu 0. Der Jubel dann auch noch vormschön. Super Einsatz von Noah Okafor. Der Abschluss dann zum Zungeschnalzen. Früchtl absolut chancenlos. Und das zum zweiten Mal in dieser Partie. Eine Stunde auf der Uhr. Salzburg presst hoch an. Kometeo kann dem Druck nicht standhalten. Fürchterlicher Fehlpass zu Zeschko. Früchtl entschärft den ersten Versuch. Beim zweiten beweist er Übersicht. Und Noah Okafor stellt auf 3 zu 0. Da hat sich der junge Franzose überrumpeln lassen. Hier noch einmal gut zu sehen. Ziemlich blind auf Benjamin Zeschko. Der Versuchsfrüchtl mit dem Fuß zur Stelle. Und Okafor muss nur noch einschieben. Von der Austria kommt in Hälfte 2 offensiv nur noch herzlich wenig. Etwas mehr als 10 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Dann noch ein Lebenszeichen. Fizz mit Spielwitz auf Huskovic. Der Stangl passt dann aber etwas zu steil für Joker Haris Tabakovic. Das war es dann aber auch. Die letzten Minuten plätschert die Partie vor sich hin. Die Austria bleibt zwar bemüht, doch zählbar. Es schaut dann nicht mehr raus. Und so gewinnt der alte Meister das erste Spiel der neuen Saison letztlich ungefährdet. Und verdient mit 3 zu 0.